Heute müssen Broxo und ich wieder vor dem Gruselfrosch flüchten. Es wird richtig wild. Guckt das Video bis zum Ende. Lasst ein Like und ein Abo da und jetzt viel Spaß. Broxo, was geht? Okay, ich glaube, wir müssen hier weg oder so. Jetzt ist irgendwie so ein Frosch unterwegs. Ich meine, guckt ihr mal dieses Haus an. Das ist ja so ein richtiges Gruselhaus, ne? Nee, nee, nee. Echt so ein Gruselhaus, aber... Ah, da habe ich ihn gerade gesehen. Hä, wie? Komm mal, lass ihn mal lang. Lass mich hier lang, lass mich hier lang. Okay, ich habe ihn gerade mal da langlaufen sehen. Was ist das hier für einen Raum? Sag mal, ist hier noch deine Oma? Hä? Alter, soll ich dich mal ein bisschen schieben, oder was? Ey, da liegt hier mal auf den Boden. Okay, komm, wir gehen hin, wir helfen, wir helfen. Wir wollen doch nett sein. Komm her hier. Kollege, wir helfen dir. Und yo, da muss ich, Alter, da muss ich aber erst mal... Alter, ich weiß nicht ganz ehrlich. Das war richtig mit Echo. Das hat gut getan, sag mal. Okay, das Ding ist, wir müssen einfach probieren zu überleben, ne? Zu überleben oder zu entkommen? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube auch zu entkommen, aber... Oh, da hinten, er hat da ganz viele geholt, sehe ich gerade. Wo ist er? Ich höre hier... Ich höre hier... Oh Gott, nein, geh doch nicht da hin! Der war da gerade eben noch. Schnell! Oh mein Gott, er kommt wieder Wurzeln. Hochhelfen, hochhelfen! Oh mein Gott. Oh mein Gott, schnell! Okay, wir wollen hochholfen, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, wichtig, wichtig. Komm, wir gehen hier lang. Oh mein Gott, du hast eine Treppe, lass mal hier links hoch. Ich glaube, wir können hier hochgehen. Okay, okay. Ja! Hier oben sollte er uns eigentlich nicht kriegen. Wir können vielleicht von hier oben runter. Guck mal hier, das Schattenbild, siehst du es? Hier an der Wand. Wieso habe ich Schattenbild? An der Wand. Das ist doch eine Gestalt, ey. Aber hier ist gar keiner drin. Hä? Stimmt. Oh Gott. Oh Gott. Oder? Sag mal, nee, nee, da ist nichts, da ist nichts. Komm, wir gehen hier weiter irgendwo. Da unten! Oh mein Gott, was war denn das? Was? Oh Gott! Was ist denn das? Da drüben, ich gucke ihn genau an. Das ist so ein Frosch oder so. Tja. Der hat eine Axt in der Hand. Loll! Ah! Oh nein! Nein! Ich bin runtergefallen, Rockso! Pass mal auf! Oh nein! Oh mein Gott, der ist oben! Komm, 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 komm! Komm! Hier bin ich sicher, bitte! Ich bin hier in dem Raum! Der sieht aber echt gruselig aus in den Bildern, muss ich sagen. Oh mein Gott, was hast du für gruselige Bilder? Hier will ich nicht sein. Komm, wir hauen ab hier! Ich will ja auch nicht sein. Oh mein Gott. Wo wollen wir lang? Wollen wir hier unten nochmal lang? Würde ich auch sagen. Wir müssen nur noch drei Sekunden überleben. Das ist hier irgendwie so eine... Was ist das? So eine alte Irrenanstalt oder sowas, oder? Irgendwie gefühlt schon, muss ich sagen. Oh Gott, nein, da oben! Nein, die werden gehauen da oben! Stell! Nein, 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 schnell! Hoch, 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 hoch! Komm! Ich helfe euch! Ich helfe euch auch, komm! Und... Bude, boom, bang, pow! Alles klar, sind alle wieder oben. Er kommt immer näher, glaube ich. Ja, alles gut. Ich weiß halt nicht, ob der hier irgendwo versteckt ist oder so, ne? Hast du gerade die Tür aufgemacht? Ich habe hier die Tür aufgemacht gerade, ja? Okay, wir müssen es eigentlich jetzt übernehmen. Ja! Wir haben überlebt! Das ist ein schlechter Frosch. Alter, nächste Runde! Du mach ich mir ganz oben. Wie, du bist ganz oben? Ich habe 163 Punkte. Alter, was hast du für eine Frosch-Chance? 6 Prozent. Ja, ich auch. Okay, dann bin ich mal geschaut, ob du der Frosch bist. Guck mal, da auch erst mal ordentlich. Unglaublich. Wir sehen uns gleich wieder, Kaspar. Ich weiß gleich, ich weiß gleich. Lauf hier schnell nach oben, Kaspar. Oh mein Gott! Hier kommt der fröse Frosch-Weihnachtsmann. Oh, ich weiß hier gar nicht, was passiert. Der Frosch-Weihnachtsmann? Äh, okay. Ist das irgendwie ein anderer als eben oder was? Nein, er ist der Grinch. Er ist ja sowieso. Oh, stimmt, stimmt. Aber wo bleibt der Grinch? Manche, der läuft hier. Lass mal lieber, lass mal lieber. Komm mal lieber hier rüber. Ja, alles gut, aber ich bin hier ein bisschen runtergegangen. Aber komm mal mit, lass mal hier irgendwo. Ich höre. Ah! Weg! Weg! Schnell nach oben. Da ist der Grinch! Schnell! Guck mal, hier oben hocken die schon. Guck mal hier, wir gucken hier auf... Wie Raben. Oh! Bei so einer... Alter! Bei so einer... Machen die auch? Alter! Ich stand da genau drinne. Das ist ja richtig eklig. Warte mal, wo ist jetzt hier der Frosch? Ist das hier irgendwo unten oder so? Oh! Nein! Rock, so! Wo bist du? Hier ist der Frosch. Oh nein! Hilfe! Der geht natürlich auf mich, Digger. Hilfe! Quack, quack, quack! Quack, quack! Ich bin auch im Frosch. Schnell, rein in die geheime Höhle. Nein! Ach, ne! Rock, so kurz, komm, lauf rum, lauf rum hinten. Du schaffst es. Du schaffst es. Nein, er ist hier direkt. Er ist hier direkt. Oh Gott. Nein! Ja, die holt mich hoch, die holt mich hoch. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ich hab ein Schutzschild. Ich hab ein Schutzschild, Broxo. Nein. Nicht mehr. Nein. Noch nein. Er muss wieder kommen. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. 20 Leben noch. Nein, ich sterbe. Ja, sie holt mich, sie holt mich. Oh mein Gott, ja. Die hab ich eben noch angeforzt. Ja, Ehren. Warte. Ehre. Hey, was soll das denn? Oh mein Gott. Erstmal wieder hochgeholt auf Ehre, danke. Oh mein Gott. Guck mal, er sieht uns. Hallo. Hallo, hol uns doch, hol uns doch, hol uns doch. Hol uns doch, hol uns doch. Oh Gott, er holt er doch, doch. Oh Gott, er holt echt alle. Er hat alle drei geholt. Oh mein Gott, er holt alle, Kaspar. Oh mein Gott. Er geht auf dich, er geht auf dich. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Schnell. Ich helfe mit, ich helfe mit. Broxo. Nein, mach keinen. Nein. Nein, Kaspar, bitte. Nein, ich muss los. Ich muss gar... Nein, ey, ich bin direkt auch tot. Nein. Nein, der hat ja alle geholt. Oh, wir sehen uns ja gleich wieder. Ah, bis gleich. Alter, hier so ein Schokoeis. Das schmilzt. Oh, es sieht aber lecker aus hier, muss ich sagen. Was ist denn das für eine verrückte Karte? Und auch die Horiose und sowas, ne? Ja, hier auch das Eis, die Cookies. Oh, da kriegt er echt Hunger, ne? Oh, da kriegt er echt Hunger, ne? Nee, auch sogar. Hä? Hier, diese... Oh mein Gott, diese Nashi-Stangen, ne? Da darf man aber nicht runterfallen. Und hier... Nee. Guck mal, wir stecken die einfach hier ganz oben drauf. Da sieht er dich doch, hier auf der Pyramide. Nee, der sieht mich nicht. Der guckt gar nicht so hoch. Oh Gott. Okay, das Ding ist... Okay, ich sehe da hinten schon. Zwei Leute abgehauen, ne? Warte mal, die krabbeln hier runter. Broxy, komm, die hoch muss man schnell. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Wir helfen euch. Die, 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 die... Komm, schnell. Und ja, erst und zweit. Okay. Er kommt runter, er kommt runter, Kaspar. Okay, okay, okay. Ich gehe schnell aufs Eis drauf, okay? Okay, okay. Oh mein Gott. Warte mal. Der kommt! Der kommt! Der kommt! Nein! Das ist doch nicht... Nein. Der ist genau... Lauf, 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 lauf! Zu anderen, zu anderen. Oh mein Gott. Geht der durch. Aufteilen, aufteilen, aufteilen. Nein, er ist hinter mir, genau! Oh mein Gott. Wo bist du? Ich verstehe mich gerade hinter so Kisten. Hier, bist du hier beim Donut? Ich verstehe mich hinter den Kisten, ja. Wo kann ich denn hin? Wo kann ich denn hin? Hier? Hier gehe ich hin. Ich bin anscheinend ein richtig schlauer Keks. Steht hier. Ich glaube, der kommt hier gleich richtig. Ich glaube, reingesprintet. Glaube nicht. Der kommt hier niemals. Er traut sich gar nicht. Der traut sich, Rocksoff. Und der ist jetzt hier auch irgendwo. Der ist über dir wieder. Ich guck mir das jetzt an, ob der über mir ist. Du quatschst auch drüber. Er ist doch hier nicht. Wo soll der denn sein? Wie, wo soll der denn? Ah! Oh Gott. Ja, genau da. Meinst du, er kommt jetzt? Die, 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 ich habe ihn ausgetrickst. Alter, der war direkt neben dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er springt da rum. Ja. Und ich bin hier safe. Alles gut. Ich bin hier in der Ecke. Ich bin hier in der Kiste. Sag mal, entweder der ist nicht schlecht. Wo bist du gerade? Wenn, ich sehe ihn. Er guckt ja in diesem Milchfeld. Okay, ist er irgendwie. Er ist direkt hinter dir. Hä? Wo? Hä, du hast wohl gelogen? Du, er läst dir doch über diese Stange drüber. Ach da, lol. Alter, ich habe ihn gar nicht erkannt. Wie kommt der denn auch immer hinter mich? Ich weiß auch nicht. Wollen wir ihn mal ein bisschen ärgern? Das war schlecht. Ja, auf jeden. Lass dich mal ein bisschen ärgern. Ich komme gleich da raus, wo du jetzt reinläufst. Ich weiß, ich weiß, ich gucke hier gerade. Na, komm doch. Quack, quack, quack. Ich bin ein schlechter Frosch. Ich bin ein schlechter Frosch. Na, komm doch. Was willst du machen? Was willst du machen? Ich trick's ihn aus. Na, komm doch. Stimmt, du hast ihn nicht ausgetrickt. Der hat nicht mal geschickt, dass ich wieder runtergesprungen bin, der Loser-Frosch. Das ist ein richtiger Loser-Frosch. Der ist gerade wieder reingelaufen hier irgendwo. Hier ist er reingelaufen. In die Höhle wollen wir mal gucken, oder was? Der kann doch eh nichts. Hier ist er doch irgendwo. Wo denn? Hier unten vielleicht? Ja, hier kommt er. Hey, guck mal, der ist da in den Marshmallow los, in der Tasse. Ja, der kann man reingehen. Oh, 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 nein. Da wollte ich zu viel. Ich werde überleben, Caspar. Hey, oh Gott, Proxy, du musst mich hier unten holen. Ich kann nicht hochkrabbeln. Du musst mich unten holen. Er steht im Weg, oder? Los. Ja, sie macht es, sie macht es. Nein. Er hat sie auch geholt. Oh mein Gott, nein. Ja, 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 ja. Hey, was machst du? Wieso forzt du? Hä, kann der nicht in den... Loll? Loll, wir haben gewonnen. Ja. Sehr schön. Broxo? Caspar, 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 wo bist du? Ich bin hier vorne bei so Zellen oder so, irgendwie im Krankenhaus. Wo bist denn du? Ich bin hier auch so im Krankenhaus, wie ich sehe. Was? Alles gut. Ich muss hier nur um mein Leben laufen. Wo bist du denn? Weil der auf einmal kommt aus dem Nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist unten, ne? Ach so, gibt es hier noch oben? Oh mein Gott, der kommt hoch. Hä? Broxo, du musst hier mal herkommen. Ich habe hier so einen Geheimraum gefunden. Oh nein. Ich bin in so einem Raum. Ich muss mich hier verstecken. Broxo, wo bist du denn? Oh mein Gott. Ich habe hier einen hochgeholt gerade. Wo bist du? Er darf hier nicht reinkommen, Caspar. Ich komme mal hoch. Ah! Nein. Er hat mich. Er hat mich, Broxo. Schnell, holt mich. Holt mich doch da, bitte. Ja. Komm, wo bist du denn? Wo bist du? Auf der Treppe. Du siehst mich genockt. Okay, wieder am Leben. Wo bist du? Ja, hier. Komm mal mit. Du bist schon im Leben. Ja, sie hat mich gerade hochgeholt. Ich muss dir meinen Raum zeigen. Pass auf, der ist richtig lustig. Wir gehen hier. Nein. Oh nein. Oh nein, Broxo. Er läuft mir jetzt hinterher. Oh mein Gott, bitte holt mich. Ach nein. Ich dachte, ich habe mich ausgeträgt. Oh mein Gott. Wenn du mich noch einmal holt, dann war es das mit mir. Ist dir das klar? Oh mein Gott. Ja. Nein, komm schon. Ja. Weg jetzt. Er holt mich hoch. Er holt mich hoch. Er holt mich hoch. Weg jetzt. Komm schon, komm schon. Ich habe mich gerade. Oh Gott, woher denn? Hier irgendwo. Hier hinter die Küche. Hinter die Küche. Oh, hier ist gut. 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 Oh mein Gott. Alter, du machst das doch nicht in die Spüle. Ja, woher denn sonst? Ja, hier hin. Oh mein Gott. Nein, das geht? Oh mein Gott. Alter. Alter, wie krass ist das denn? Sag mal, das ist ja wohl das Versteck. Oh Gott, der hat auch schon ziemlich viele geholt, ne? Sehe ich gerade. Der ist ganz schön stark. Der hat schon die Hälfte, hat er schon ausgerottet sich auch gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal gucken hier. Pass auf, da unten ist ein Raum, der ist übel krass. Da gibt es... Irgendwann, ne? Wenn du dich noch einmal holt, dann war es das mit dir. Ja, ja. Ich gehe hier mal in eine Zelle rein oder so. Aber wir können hier... Hier ist doch nach oben. Oh mein Gott, ich bin im Lüftungsschacht. Okay. Hier geht es nach oben. Da ging es doch nach oben gerade, aber war auch nicht so krass. Lass mal hier lieber ein Lüftungsschacht rein. Leute. Oh mein Gott, sieht auch krass aus, ne? Hier irgendwo. Alter. Was ist denn hier? Ah. Hey. Oh Gott. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir gelandet? Ich höre den auch ganz laut. Ich... Oh Gott, warte mal. Okay, pass auf. Hier ist so ein Raum. Pass auf. Ich zeige dir den Raum jetzt. Jetzt kann ich ihn dir zeigen. Komm mit. Wir gehen hier durch eine doppelte... Hier warst du oder was? Ja, hier gehen... Ja, auf jeden. Wir gehen durch eine doppelte Tür hier. Und jetzt sind wir hier safe hinter der Scheibe. Ach, lol. Der kann uns hier nichts machen, weißt du? Und da oben sind wieder welche genockt. Wir müssen die retten. Wir müssen denen helfen. Okay, dann würde ich sagen. Jalla, jalla. Gehen wir mal da hoch. Ja, ja. Hier nicht, hier nicht. Aber... Auch hier. Hier, ne? Ja, hier irgendwo nach oben. Aber ich habe auch Angst. Das sieht hier mir so zu dunkel aus, Brock, so. Ey, ich weiß gar auch gar nicht, wo lang. Hä? Alter. Was ist denn hier noch? Das läuft links so und so. Wie wir aussehen. Hä, Alter, wo bin ich denn jetzt? Wo bist du? Wie bist du da hingekommen? Hä? Hier so unten drunter. Ja. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Sehr schön. So soll das. Let's go. Freunde, wir konnten dem Gruselfrosch entkommen. Es war wieder Ultrabagumachen. Wenn ihr wollt, dass wir noch eine dritte Folge hier von machen, lasst auch immer gerne ein Like und ein Abo da. Tut mir zu gewaltig, gerne eins von allen mehr Videos aus und guckt es euch bis zum Ende an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.